Kommen wir zum zentralen Thema dieses Kapitels, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext ist eine uralte Idee aus den 40ern und es war Tim Berners-Lee, der diese Idee ins Internet einführte in den 90ern. Sie wissen aus dem vorangegangenen Kapitel Internet-Chronik, wann dieser Wechsel wie stattfand, dass in den Jahrzehnten davor das Internet durch Wissenschaftler definiert wurde und auch genutzt wurde. Obscure Scientific Endeavor. Und seit 1993 haben wir die Weltbevölkerung drin. Ist das Internet zum Web geworden, das man lieben oder hassen kann, aber es ist nicht mehr gleichgültig. Es war HTTP, das diesen Wechsel mitbrachte. Es erlaubte höchst verteilte, performante, hoch verfügbare Anwendungen. Und die Komponenten dieser Anwendungen kommunizieren über HTTP. HTTP ist von uns Menschen lesbar. Es benutzt ASCII-Zeichen. Es ist textbasiert. Es hat einen Makel, was sich in der Web-Entwicklung dann als besondere Herausforderung zeigen wird. Es ist zustandslos. Das heißt, eine Anfrage an einen Web-Server wird nicht notiert. Wenn dieser Anfrage ein zweites Mal vorbeischaut, weiß der Server nicht, dass es der Anfrage von irgendwann in der Vergangenheit war. HTTP kommuniziert über ein sicheres, zuverlässiges Transportprotokoll. In der Regel heute meist TCP. Und HTTP ist alt, ja. Und man geht kaum mehr dran. Die letzte Version 1.1 von 1999. In der Request for Commons RFC Dokumentation 26.16 festgehalten. Schauen wir uns mal den Protokollstock, äh Stack, pardon, an. Wie Sie ja bereits wissen, bewegen wir uns auf der Anwendungsschicht. Nach ISO-OSI-Schichtenmodell sind das die Schichten 5 bis 7. und abstrahieren von den darunter befindlichen Dienstleistungsschichten. TCP, IP und Ethernet. Das ist auch gut so, weil wenn wir uns damit noch mit auseinandersetzen müssten, würden wir gar nicht zu Potte kommen mit unseren glorreichen Ideen, die ins Web zu setzen. Wir sehen sehr abstrakt die Dinge da oben in dieser weißen Wolke. Es gibt Sender, es gibt Empfänger, die heißen bei uns Clients, einseitig einerseits und Server andererseits. Repräsentanten oder Ausprägung, wie Sie wollen, sind die Logos der Browser da oben. Aber es sind nicht nur Browser, die auf der HTTP-Schicht agieren. Und auf der anderen Seite, auf der Empfängerseite, auf der Server-Seite, sind die HTTP-Server, ja. Apache, Windows, Web-Server oder der Tomcat, Apache Tomcat für Java-Applikationen insbesondere. Ja, wir entwickeln auf oberster Schicht des Internet-Stapels, des Protokoll-Stapels. Wir haben uns eine Laufzeitumgebung geschaffen für die anderen. Sie benutzen den Browser und rufen die Seiten auf, die wir kreieren, auf den Servern. Und wir benutzen diese Ebene auch zum Entwickeln dieser Applikation. Das ist ein und alles. Das ist ein und dasselbe. Das ist das Web. Wie funktioniert das im Konkreten? Alles dominiert dieses Request-Response-Paar. Einer fragt an, der andere antwortet. Damit das über eine sichere Verbindung passiert, sorgt TCP-IP für den Verbindungsaufbau. TCP ist es hauptsächlich. Mit einem Drei-Wege-Anschlag. Das hat lange gebraucht, bis man zu dieser Erkenntnis kommt. Sie dürfen in einer Diskussionsaufgabe darüber nochmal sinnieren, was das denn mit den zwei Armeen zu tun hat, wo eine verteilt ist und... Naja, okay. Wie funktioniert das? Drei Wege. Der erste Weg. Der Empfänger sagt, ich hätte gerne eine Verbindung. Das deutet er an über die sogenannten Flags. Er setzt ein Flag auf Synchronisation, das Sinn, und gibt eine Sequenznummer bekannt. Auf dieser Ebene sprechen wir ja von Segmenten, weil die Pakete Nummern tragen und sie beim Empfänger in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Gut, und der Empfänger sagt, okay, er habe deine Synchronisationsanfrage empfangen. Und dann, ich bestätige das, ACK, ACKnowledge, und ich gebe dir eine inkrementierte Sequenznummer, mit der du dann bitte weiterarbeitest. Also dieses ACK gleich X plus 1. Und ja, ich gebe dir dann für diese meine Meldung die Sequenznummer Y. So, und der Empfänger, der sagt sich, okay, oder der bestätigt den Empfang, indem er halt sagt, ja, die Sequenznummer ist jetzt X plus 1, ist jetzt Y plus 1, ja, hier Y plus 1, bezieht sich auf die Sequenznummer, die vom Server kam, und daran erkennt er, ah ja, er hat es um 1 erhöht, er reagiert auf meine Anfrage, die eine Rückfrage war, eine Rückantwort war. Und mit diesen drei Wege, drei Wege, erster Weg, zweiter Weg, drei Weg, wird die Verbindung aufgebaut, was in der Regel 200 Millisekunden dauert. Und dann kommt die Nutzinformation. Ja, was willst du denn? Ja, und dann kommt die eigentliche Anfrage. Ich bin der Host www.example.org und ich hätte gerne die Ressource index.html und ich verstehe das Protokoll http 1.1. In der Antwort halte ich zunächst einmal, ja, wir unterhalten uns gemäß Protokoll 1.1. Alles ist in Ordnung. Ich kann die Ressource liefern. Sie ist vom Typ, man spricht von einem Mime-Type, dazu später mehr, im Kapitel, nun ja, HTML oder Design. Text, hier insbesondere Hypertext, Markup Language, eine Seitenbeschreibungssprache für die Seiten, die Tim, Berners, Lieder eingeführt hat. Und dann kommt der Inhalt. So, und es ist der Client, der irgendwann sagt, okay, das reicht mir, ich baue die Verbindung ab. Ich sage dir das auch, wir wollen das alles schön ordnen, schon ordentlich machen. Ich signalisiere eine Beendigung. Final, FIN. Ich gebe dir die Sequenznummer X. Damit weißt du, das war die Anfrage von dort oben. Empfänger, der Empfänger sagt, okay, ich bestätige deine Beendigungsanfrage. Gebe dir die Sequenznummer Y und als Zeichen meiner Bestätigung erhöhe ich deine Anfrage um 1. Und der Client schließlich bestätigt den Empfang der Beendigungsbestätigung und verifiziert das über die Inkrementierung der Sequenznummer. Okay, das war's erstmal. Vielen Dank.